Wie ist das? 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 Mjuta, du hast eine Woche jetzt hier im Hormotorischen Programm gelernt. Und jetzt, für das Ende, haben wir uns überlegt, ein Gedicht auswendig zu lernen. Das heißt, du hast auswendig gelernt und ich habe es mir überlegt. Und ich habe es ja schon gehört und möchte jetzt, dass es andere aufhören können. Und was besonders schön ist, wie du deine Aussprachen verbessert hast. Und das kannst du jetzt mit dem Liebesgedicht von Erich Fried zeigen. Bühne frei für dich, Mjuta. Was es ist? Es ist Hinsen, sagt die Fernluft. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist Unglück, sagt die Berechnung. Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst. Es ist absichtslos, sagt die Einsicht. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist lächerlich, sagt die Stolz. Es ist lächerlich, sagt der Stolz. Es ist leichtes nicht, sagt die Vorsicht. Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Und das hast du jetzt auch mit ganz viel Liebe gesagt. Vielen, vielen Dank. Es war sehr schön. Und ja, ich hoffe, dass du das Gedicht auch lange noch bei dir trägst und lange erinnerst. Denn du hast es jetzt auswendig vorgetragen. Super! Super! Dankeschön! Auf Wiedersehen!